Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Produktvorstellung in H0. Heute schauen wir uns eine Rocco-Loc ganz genau an, nämlich den neuen Nightjet Vectron und da gibt es wie immer folgenden Fahrplan. Gleich erst einmal ein paar Informationen zum großen Vorbild und dessen Geschichte. Dann schauen wir uns natürlich das Modell hier in 1 zu 87 genauer an. Dann geht es raus in die freie Natur. Wir haben hier wieder ein Modell mit Sound und diese Sounds werden wir uns natürlich anschauen. Wir werden uns auch die Fahreigenschaften anschauen und vieles mehr und dann zum Schluss natürlich mein berühmtes Schlusswort. Der Fahrplan steht. Ich würde sagen, wir legen los. Die Baureihe 1293, wie der Vectron bei der ÖBB, sprich der österreichischen Bundesbahn genannt wird, ist eine Elektro-Lokomotive von Siemens Mobility und kommt in Österreich seit 2019 zum Einsatz. Ende 2017 unterzeichnete die ÖBB einen Milliardenauftrag und zwar wurden bis zu 200 Lokomotiven, davon 30 Mehrsystem-Lokomotiven in Auftrag gegeben mit einer sagenumwogenden Summe von 570 Millionen Euro. Von diesen 200 Lokomotiven waren laut Vereinbarung 100 Wechselstrom-Lokomotiven, sprich AC, 50 Wechselstrom-Lokomotiven mit zusätzlichem Dieselgenerator für Rangierdienst und 50 Mehrsystem-Lokomotiven, kurz MS. Und diese Mehrsystem-Lokomotive haben wir auch hier, denn diese Mehrsystem-Lokomotiven sind natürlich für den überschreitenden Grenzverkehr vorgesehen beim Nightjet überwiegend für die Züge in die Niederlande und Belgien. Die Lokomotiven werden im Siemens-Werk in München angefertigt, beziehungsweise die Drehstelle kommen vom Siemens-Standpunkt in Graz. 2019 hat die ÖBB dann nochmal weitere Maschinen geordert, nämlich insgesamt 61, 28 davon, wie eben schon gesagt, nochmal diese Mehrsystem-Lokomotiven. Ansonsten kommt der Vektron bei der ÖBB überwiegend im Güterzugdienst zum Einsatz. Und hier jetzt ein paar Eckdaten von dieser sehr, sehr starken Lokomotive. Und zwar hat diese Lokomotive im Bereich Wechselspannung eine Leistung von sagenumwobene 6400 Kilowatt mit Gleichspannung 6000 Kilowatt und haben eine Masse von 90 Tonnen auf vier Achsen verteilt, was eine Achslast von 22,5 Tonnen ergibt. Und sie ist zugelassen für 160 kmh. Gehen wir noch kurz auf den Nightjet speziell ein. Und zwar seit 2016 hat die ÖBB ihr Nightjet-Netz extremst ausgebaut, was bei uns früher halt die Nachtzüge war, wo die Deutsche Bahn leider ja von zurückgetreten ist, hat jetzt die ÖBB sozusagen das Ruder übernommen und baut ihr Netz dort sehr massiv aus. Und zwar ist es im Bereich Nightjet dann dazu gekommen, dass alte Wagen von zum Beispiel der Deutschen Bahn aufgekauft wurden, modernisiert wurden, umlackiert bzw. umgeklebt wurden und dann natürlich im Design Nightjet wieder auf die Schiene gestellt wurden. Die ÖBB hat bei Siemens Mobility insgesamt 13 jeweils siebenteilige Zuggarnituren bestellt, um das Angebot Europa und weiter darüber hinaus auszubauen. Und man muss wirklich sagen, sie tun wirklich einen sehr guten Dienst. Die Garnituren haben jeweils vorne eine Lok und dann hinten auch einen Steuerwagen, so dass die Züge auch problemlos in einen Stumpfbahnhof einfahren können, dort die Fahrtrichtung wechseln können und dann die Fahrt wieder entgegengesetzt fortsetzen können. Ja, alles in allem eine sehr interessante Lokomotive. Wir sind jetzt auch hier schon am Ende angekommen, was das Vorbild angeht. Wir machen weiter mit unserem Fahrplan und kommen zum Modell in 1 zu 87. Angekommen beim großen Vorbild in 1 zu 87. Und da fangen wir natürlich erst einmal mit einem kleinen Überblick an, wie kommt die Lok zu uns. Wir haben hier den klassischen schönen Rocco Karton ausgestattet mit einer Menge Schaumstoff, so dass die Lok sicher bei uns ankommt. Dann haben wir, wir kennen es von Rocco, dieses kleine Heftchen, wo auch nochmal alles drin steht, was die Wartung angeht, was die Stellen angeht, wo man mal schmieren sollte und so weiter. Wenn man das Gehäuse abnehmen möchte und so weiter, da steht alles hier drin. Dann natürlich ganz wichtig, das Ersatzteilblatt, was natürlich bei keiner Lok fehlen darf. Und da wir hier auch wieder eine digitale Sound-Lok haben, haben wir hier auch ein Datenblatt für die einzelnen Sounds, die auf dieser Lok drauf sind. Keine Sorge, werden wir uns anhören. Und hier kann man auch nochmal alles drin nachlesen. Mit dabei ist auch ein doch recht großes Ersatzteilbeutelchen. Was ist dabei? Es sind Scheibenwischer dabei, es sind Griffstangen dabei, es sind LZB-Antennen dabei, es sind Sandrohre und Sandkästen dabei und und und. Außerdem ist eine spezielle Nightjet-Kupplung mit dabei, die wie aber auch die geschlossene Bugfront, die auch hier mit bei ist, kann man dann nur benutzen, wenn man die Lok sich zum Beispiel in die Vitrine stellt. In der Anlagennutzung ist das natürlich nicht möglich, weil zum einen fehlt natürlich die Kupplung und zum anderen fehlt dann auch das Spiel, was die Kupplung braucht für Kurvenfahrten. Ansonsten schauen wir uns das Modell ein wenig genauer an. Eine wunderschöne Lok, muss man wieder sagen. Man kennt es nicht anders von Rokko. Wir haben Griffstangen hier aus Metall. Wir haben einen wunderschönen Dachgarten mit allem, was die Lok hat. Vier einzelne Stromabnehmer, zwei jeweils natürlich, also da es eine Mehrsystem-Lokomotive ist, haben wir vier Stromabnehmer auf dem Dach und davon habe ich jetzt hier auch schon einen ausgefahren. Ist wirklich schön stabil, aus Metall gehalten, federt auch wunderschön zurück. Wir haben auch auf einer Seite, lass mich gucken, auf dieser Seite hier, das finde ich sehr, sehr schön, ein sehr schönes Detail, einen Lokführer sitzen und somit kann man hier vorne sich diese Front schön vitrinenmäßig herrichten, sprich die geschlossene Buchfront, die Kupplung weg, hier hinten sind die Wagen dran, da vorne sitzt der Lokführer. So mag ich das, wirklich sehr, sehr schön. Die Texturen auf der Seite, die Bedruckung wirklich sehr schön, trennscharf, alles drauf, was die Lok hat, auch der Einstieg hier mit den dritten. Es ist wunderschön, hier auch vorne, ganz wichtig, die einzelnen Steckdosen für die UEC-Leitungen, sprich für einmal, dass man die Lok vom Steuerwagen fahren kann, einmal die Stromversorgung für den Wagenpark und vieles mehr. Da hat man auch wirklich sehr schön mitgedacht. Schauen wir uns dieses wunderschöne Modell nun ein wenig genauer an, ein paar Eckdaten. Wir haben hier eine Lokomotive im Nightjet-Design, wir haben eine Mehrsystem-Ausführung mit dem Niederlande-Paket, wir haben freistehende Griffstangen, teilweise aus Metall, wie ja gerade eben schon gesagt, hier diese freistehenden Griffstangen an den Führerstandstüren aus Metall und die restlichen dann in Kunststoff gehalten, die dann auch noch zur Selbstmontage. Wir haben im Digitalbetrieb schaltbares Fernlicht sowie einzeln schaltbares Spitzen- und Schlusslicht, separate Führerstandsbeleuchtung und es ist ein offiziell lizenziertes ÖBB-Fahrzeug. Wir haben Kupplungsschacht NEM 362, natürlich mit Kurzkupplungskinematik, wir haben einen mindestbefahrbaren Radius von 358 mm, entspricht bei Rocco dem R2. Wir haben eine Achse mit Haftreifen versehen, wir haben vier angetriebene Achsen und wir haben natürlich hier einen Motor mit Schwungmasse. Wir haben einen Decoder hier schon verbaut, das ist eine Plus 22 Schnittstelle, sprich, wenn man sich die Lok digital kauft, ist der Sound-Decoder schon drin verbaut, kauft man sie sich DC-Analog, muss man noch sich einen digitalen Decoder kaufen und hier ganz wichtig, Plus 22 Schnittstelle. Drei Licht Spitzenlicht, zwei Licht Schluss und wir haben eine Innenbeleuchtung in LED, die natürlich auch digital schaltbar ist. Führerstandsbeleuchtung, Plus 22 Schnittstelle, eine Lokomotive mit Sound und natürlich einen Pufferkondensator, ist hier ebenfalls mit verbaut. Pufferkondensator, was ist das? Es ist im Prinzip nichts anderes als ein kleiner Energiespeicher, der sich während der Fahrt auflädt und wenn die Lok zum Beispiel über nicht polarisierte weichen Herzen fährt oder zum Beispiel mal über einen kleinen dreckigen Gleisabschnitt bei euch auf der Anlage, dann sorgt dieser Pufferkondensator, dass die Lok dann in diesem Moment weiter mit Strom versorgt wird, sprich, dass sie nicht druckelt, im schlimmsten Fall stehen bleibt, sondern man merkt eigentlich kaum was, sondern die Lok fährt einfach wunderschön gleichmäßig weiter. Wenn die Lok dann wieder Strom kriegt, lädt der Pufferkondensator sich natürlich wieder auf und das gleiche Spielchen geht an der nächsten Stelle dann von vorne los. Zum Schluss beim Modell N1 zu 87 sei natürlich noch erwähnt, die Länge über Puffer, das sind 218 Millimetern. Außerdem haben wir hier den Nightjet ÖBB Vectron 1293 200, wunderschön auch hier zu sehen und auch hier auf der Verpackung und dieser Vectron war damals im Mai 2021 der erste im Nightjet Design, den die ÖBB auf die Gleise gestellt hat und dieser kommt dann mit den Garnituren, das ist alles jetzt noch im Aufbau Ende diesen Jahres, also sprich Ende 2022, dann auch zum Einsatz und die Lok ist mit dem Länderpaket aufgepasst, jetzt wird es lang, Deutschland, Österreich, Polen, Niederlande, Belgien, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Kroatien und Russland ausgestattet, also der kann wirklich fast überall fahren. Ja Freunde und mit diesen wunderschönen Daten würde ich sagen schließen wir jetzt das Modell N1 zu 87, es geht weiter im Fahrplan, viel Spaß. Das ist das Modell N2 zu 87, es geht weiter. Das ist das Modell N1 zu 87, es geht weiter. Das ist das Modell N2 zu 80, es geht weiter. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020